Die Erregerstamm E. coli 0157 H7 entsteht. Das Ergebnis der neuen Diät der Rinder und ihrer Haltung in Massenbetrieben. Die Tiere stehen knöchelhoch im Mist. Das heißt, hat eine Kuh es, kriegen es die anderen auch. Im Schlachthof ist ihr Fell mit Mist bedeckt. Dort werden 400 Rinder in der Stunde geschlachtet. Wie will man da verhindern, dass der Mist auch auf den geschlachteten Tierkörpern ist? So gelangt der Dung ins Fleisch. Und damit ist der neue Erreger im Nahrungskreislauf. Das ist nicht in der Welt. Das ist in der Food System. Das ist in der Welt. Das ist in der Welt. E. coli ist nicht mehr nur in Hackfleisch. Es ist auch in Spinat, im Apfelsaft. Es fließt durch die Abflüsse der Massentierbetriebe. 90 confirmed cases of E. coli poisoning. Central to it all, raw bagged spinach. This is the 20th E. coli outbreak with leafy greens in just the last... Recall of frozen hamburger now includes 22 million pounds. Enough meat to make a fast food hamburger for every adult in America is being recalled. In den 70er Jahren gab es tausende Schlachthöfe in den USA. Heute sind es noch 13, die den Großteil des in den USA verkauften Rindfleischs verarbeiten. Ein Hamburger enthält heute Fleisch von tausenden verschiedener Rinder. Bei so vielen Tieren ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines einen gefährlichen Krankheitserreger in sich trägt, extrem groß. We built something that built from a food safety standpoint, we think we're ahead of everybody. We think we can lessen the incidence of E. coli on 578. I just started working with ammonia and ammonia hydroxide. Ammonia kills bacteria. So it became a processing tool. I'm really a mechanic. That's really why I am. We design our own machinery. We design our own machinery. This is our finished product. This is our finished product. Heute kontrollieren eine Handvoll Firmen unser Nahrungssystem. In den 70ern bestimmten die fünf größten Fleischverarbeiter 25 Prozent des Rindfleischmarkts. Heute die vier größten mehr als 80 Prozent. Dasselbe beim Schweinefleisch. Auch wenn man nicht Fast Food isst, man bekommt nur noch Fleisch aus diesem System. Auf den Etiketten steht immer Pharma. In Wirklichkeit kontrollieren drei, vier Konzerne das Fleisch. Nie zuvor waren Nahrungsmittelkonzerne so groß und so mächtig. Wir haben eine große, große und so groß in unserer Geschichte. Zeugnackin. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020